In San Francisco muss man eine Chevy fahren mit Steve McQueen. Ich glaube auch. Oh, sorry, muss ich aber genug vor der Karre gehopst. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, jetzt hast du die Kurve nicht gekriegt, aber das war unbedingt auf 1.2. Naja, ich weiß nicht, da hat mich von hinten einer gestoßen, weil ich bin voll in den Wald reingeflogen. Okay. Vorher der Highspeed-Kurs hier. Oh, ich habe mal Glück, dass ich den voll gerammt habe. Ah, scheißen Dreck. Ah, scheißen Dreck. Ah, scheißen Dreck. Wie geht mein Controller aus, wenn die Batterien schwarz sind, ey? Ah, das ist ja scheiße. Ja, das ist halt Problem halt. Super. Aber ich kann nicht mehr so in der Zeit. Okay.